Was waren wir ja? Das war ja das Stadthaus. Was ist denn da oben? Das ist so eine komische Schleuder da, ne? In der Luft. Okay, egal. Eins nach dem anderen. Wir haben ja schon viel geschafft irgendwie, ne? Wir haben schon viel geschafft hier. Oh Gott. Oh ja. Komm schon. Da ist er. Da ist er. Blablabla. Chiranimoo. Loll. Ey, ganz ruhig. Ey, kleiner, ganz ruhig. Hä? Loll. Okay, er will es wissen, er will es wissen, ey. Chiranimoo. Nein, nicht da rein. Genau da rein, weißt du. Ja, ich bin draußen, super. Wo ist er? Komm her. Komm her. Loll, wie der noch lebt. Ey, da muss man doch irgendwie hochkommen. Was soll denn das? Ach, schade. Ich wollte den irgendwie killen oder so, wenn das geht. Aua. So, was haben wir noch hier? Die ganzen Schafe auf der Straße. Das ist krass, ey. Oh Gott, Frames. Alter, sieht das krass aus. Oh Gott. Das leckt ein bisschen jetzt, oder? Tut mir leid, Freunde. Ich wollte es mal ausprobieren einfach. Es geht es wieder. Was ist denn das da? Eine Blume. Oh, sieht man, einer, was wir da haben. Boah. So, das war es aber, glaub mal, langsam dann, oder? Das haben wir das Ding. Das haben wir auch. Was gibt es da vorne noch? Ne, das war der Ziegenkampf. Hier geht es doch in den Wald so irgendwie rein. Aber ich bin überzeugt davon, dass man da noch irgendwo in dem Gebäude... Was ist denn da vorne los? Da ist ja eine Party. Die haben ja voll übersehen. Geronimo! Party-Crasher, jawoll. Der Veranstalter... Ey, chill, ja, weißt du? Ey, weißt du, ich schmeiß hier eine Party, Mann. Du machst hier alles so auseinander, ey. Was ist mit dir los? Nimm dir ein Bier, ja? Grill ein bisschen, nimm dir eine Wurst. Aber so, no way, weißt du? Ich schwöre. Und du kannst hier einfach eine Wurst hier nehmen, weißt du? Aber ja, ganz easy. Going your way, weißt du? Bitte. Yeah, Party-Tanzer. Bam. Love. Ich hab dir doch gerade gesagt, hör auf mit dem Scheiß. Ja, oh, oh, ich bin zusammengeklappt. Oh. Wow, geil. Ey, das Game ist schon mal ein Scheiß. Man, erlebt immer neue Sachen hier. Wo bin ich nie gelandet? Hier gibt's auch noch was Neues. Was war denn das gerade? Ach der O- Ah, der links. Alter, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das war gerade voll krass. Was war denn das? Ich muss hier irgendwie einen Backflip machen, steht da noch. Warte mal. Oh, ich bin jetzt die... Oh, wie cool. Wir sind jetzt wieder eine neue Ziege. Aber warte mal, man muss doch hier irgendwie... Oh, da kann man was sagen, das ist falsch. Ne, 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 hau mal ab hier. Ist die jetzt schneller? Das ist ja noch schneller jetzt, oder? Ein Backflip müssen wir irgendwie machen. Wir können ja mal in den Steuern gucken, wenn ihr wollt. Ähm, okay, Bindings, Zoom, B-A-A, Slowmotion, B-A-A, One. Oh, das ist ein One. Achso. Okay, aber das war nicht so in unserem Sinne gerade. Ähm... Sprint, Sprint, Jump, Zoom-In, Zoom-Out, Attack, Lick. Right, Maus-Button. Aber das ist doch... Ähm, okay. I don't know. Da müssen wir doch irgendwie einen Backflip hinbekommen. Was war das denn? Gibt's sogar für das ist doch ein... Wie kann man denn Flipping Easy... Performance is successful. Front or Backflip. Backflip. Ja, wie wollen wir denn... Los, was ist denn jetzt los? Alter! Ey! Was ist denn jetzt los? Wow! Was ist denn jetzt kaputt? Ach, du heilige Scheiße! Alter! Was ist denn jetzt kaputt? Lol, wir sind jetzt... Ähm... Hallo? Was war denn das gerade, bitte? Oh, nee, wo ist unser Schaf? Wo ist unser Chatback und so? Ey, hier ist ja noch ein Haus. Guck, das meine ich, ey. Ich glaube, das packt voll rum jetzt, ne? Das packt wirklich gerade rum. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wie geil ist das denn, ey? Was war denn das denn? Ey, was war denn das? Oh, Scheiße! Lol! No, no, no. Respawn. Okay. Bitte was? Okay, jetzt geht's vielleicht wieder, oder was? Nee. Ein Schade, unser Chatback ist weg. Mist. Das war voll krass gerade, ey. Lo, wie die an der Wand, äh, am Dach hängt. Gut, dann... Da kann man rein, 100 Pro. Da kann man 100 Pro rein, ey. Ohne Scheiß. Klar kann man da rein. Ja. Guck. Ha! Ha, ha! Wir haben noch ein Haus entdeckt. Oh, das Studio, der Entwickler. Wie geil! Oder so. Vielleicht steck's schon. Oh, eine Rumpelkammer. Ha! Ha! Entwickelt mehr solcher Spiele. Alles auseinandernehmen hier. Lol, Flappy Goat. Ich kann spielen. Er du... Warte mal. Das wäre ja folgender, wenn man das heute spielen könnte. Lol. You lost again. Was soll die Scheiße hier? Ah! Oh, was haben wir denn hier? Oh! Ein Büro. So ein... So ein... So ein... So ein... So ein... So ein... So ein Meeting-Raum. Oh, hier haben wir alles gesehen. Alles hier hinten. Ach! Bestimmt der Boss, ne? Mit einem Secret da noch. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Äh. Ja, Freunde. Ich geh mal nochmal da hoch schnell. Und guck, ob das nochmal geht. Man muss ja da irgendwie Ziegen hinbringen, oder? Oh, die ist noch ein Felsen. Wie geil ist das denn? Ach, scheiße. Party-Crash wäre mit dem auch geil gewesen. LoL. Was man hier alles entdecken kann noch? Wo war das Höllentor, oder? Das Ritual da. Ich will doch mal so ein... So ein... So ein Teufel werden. So ein Teufel, oder? Hm. Aber wie macht man denn... Wie macht man einen Backflip, weißt du? Das... LoL. So. Okay. Das müsste man hinbekommen. Komm. Jetzt ist... Komm, jetzt ist es doch nicht so schwer hier. Was macht der? Aber warte mal. Backflip bestimmt beim Trampolin. Ja, ich stehe halt auf. Wow. Die ganzen Ziegen auf der Straße. Das ist assi einfach. Yes. Flipping easy complete. Was kommt jetzt? Wir haben ja eigentlich schon fast alles gemacht, denke ich mal. Doppelfront. Doppelfront. Okay, dann müssen wir wieder hoch. Hey, geht da hoch. Lol. Alter, wie krass einfach. Oh, ich hatte echt meine Freunde da gerade, ey. Oh. Oh. Ah, was soll denn das? Das geht bestimmt hier locker. Lol. Flipping normal. Okay, warte mal. Doppelfront. Okay. Ja, komm. Das ist geil. Ey. Das ist unfair. Vielleicht müsste ich auf das andere Trampolin kommen, oder? Ah, Mist. Ja, ich bin hartnäckig. Merkt man das? Ich will alles haben hier irgendwie. Weil wir nicht haben, ist der Paraglider leider. Paraglider leider. Das ist auch sehr geil, dann. Das ist... Hallo. Das war... Was soll denn das, ey? Da muss man ja wieder mal... Da muss man wieder mal, weißt du? Komm. Was soll der Geiz? Wir haben ja Zeit und... Ich hab eigentlich gar nicht so die Eile einfach mal wieder... Hier die Aufnahme zu stoppen. Oh Gott. Lol. Galt... Yes. Das ging klar. Super. Müssen wir jetzt machen? Okay, jetzt müssen wir einfach so eine Highscore knacken. Okay, das war's dann auch dann. Nehm ich mal an. Weil die Highscore, die wir da... Eine Stunde dauern, ey. Dass wir die voll haben. Ich find das gerade schade mit dem... Jetpack, ne? Ich würd den gern wieder. Ob der respawnt? Da vorne liegen noch tote Ziegen rum. Aber ansonsten haben wir alles gesehen, ne? Außer der... Oh, der Bargleiter können wir noch irgendwie holen. Dann wärst du zufrieden mit mir. Steht die Tankstelle wieder? Ne, ne? Der Roboter steht aber noch da. Wie einfach überall tote Ziegen rumliegen. Ah, ist das herrlich hier. Okay. Da ist er, warte. Ja. Geil. Läuf. Ich hab' ihn. Wie geil ist das denn? Sehr nice. Sehr nice. Ja, und mit diesem erfolgreichen Sprung, mit diesem erfolgreichen Screen, sag ich einfach mal, danke fürs Zusehen. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel irgendwie ja, wie gesagt, auch getestet habt und so weiter. Und wie ihr das findet auch, ey. Ich find das, also wirklich mal so, um Spaß zu haben. Richtig nice. Und ihr könnt mir mal eure Score sagen und ihr könnt mir auch mal sagen oder in die Kommentare schreiben, was ihr noch sonst so entdeckt habt in dem Spiel. Ich glaube, ich hab da alles mal mitgenommen, was so geht. Hoffe ich mal. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, Kommentare sind immer da. Und damit verabschiede ich mich noch mal bis zum nächsten Mal bei einem kleinen Let's Test, Let's Show, Let's Play, whatever you see auf my channel. Und ja, das war's. Euer Lucy sagt goodbye und viel Spaß. Tschö. Okay, es reicht. Ciao. Oh Gott. Dammit.